Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge, ähm, Philipp, ich habe Beine schwer mit, warte, 2.229. Jetzt hat es irgendwelche Verzauerungen. Ähm, warte, gewährt 704 maximale Ausdauer. Nee, Liga, brauche ich nicht. Auf in die Straft würde ich sagen. Nee, jetzt wollen wir nicht erstmal die Quest machen, die wir hier in der Gegend noch haben. Ich kann aber nichts looten. Ja, okay, hast recht, ich auch nicht. Ja, aber die Toten können wir ja zumindest falben. Ja, nee, weil dann muss ich kämpfen und dann will ich looten. Ja, den Loot, den du von den normalen Viechern kriegst, kannst du ja looten. Weil du kannst ja stacken, du kannst nur nichts Neues aufheben. Äh, wer ist von euch Bogen? King. Keiner außer King. King, ähm, wie viel Schatten macht der Bogen? Meine Bogen macht mit 977. Meine macht 1060 mit Zauberung und aus Verzauberung verursacht 1742 Schockthausen. Give me, give me, mega nice. Bist du optisch? Was sagst du denn so geschafft? Das ist halt, das ist halt, das ist halt weiter weg. Du hast gesagt, du wolltest es nicht mehr machen. Ja, aber ich habe mich angelacht. Und ihr wolltet jetzt ja... Weil die sterblichen Überreste. Ja, es sind noch 4 Stück. Hä, haben wir die nicht schon gesagt, ja? Äh, nicht allein in Begriff. Ja, neun Stück musst du machen. Ja, aber der lag da doch freuen. Ja, respawn. Jetzt hat mir jemand anders diese scheiß Ding weggeklaut, der Meseth. Ja, ich sag doch für dich auf. Wo ist der King, alter? Nein, es war ein anderer, ein komplett anderer Spieler, nicht einer von unserer Gruppe. King House, gerade mit einer fucking H-schweren Waffe, irgendjemand aufs Maul, weil ich nicht leichten, gerade ziemlich im Arzt. Da ist irgendwo, der Alter. Wir lassen bis jetzt die Kästler und in die Stadt. Ich muss so schnell wie möglich verkaufen und dann muss ich aber auch noch, äh, ja, meine Waffen reparieren. Wo sind denn die Toten, alter? Die Schwulen. Ah, hier ist einer bei mir. So. Dieben haben wir jetzt. Oh, bei mir ist auch noch eine Kiste, eine Truhe, perfekt. Kannst du die Kiste brauchen, würde ich? So, wenn wir jetzt Plätze aus Metall in Ordnung bringen. Ne. Die Akaviri wurden besiegt. Aber zu welchem Preis? So. Tö, 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 tö. Aber was habe ich bekommen? Schwere, Beere Hände und mittlere Füße. Ich muss einen noch salben. Einen noch. Hier, ich konnte fast den ganzen Tank tanken, alter. Benutzt mir wenig Magiker am Schluss. Weil ich die ganze, äh, äh, WTF, was ist das denn? Also, bei irgendjemandem hört man noch das Doppel, glaube ich. Oder Philipp. Ich bin nicht bei King. Nein, bei mir ist es dieses Mann nicht. Hallo? Na, passt schon. Jetzt nicht mehr. So, jetzt können wir bitte verkaufen gehen, alter. Ich brauche noch einen zum Salben. Ja. Ach, hier sind nochmal Füße. Ach, Mann. Gibt es noch irgendwas, was zerstören kann, was nichts kostet? Ja, hier. Perfekt. Zerstören. Boom. Es gibt ja gleich so viel schönes Cash. Ab, leg deinen Reih in die südliche, äh, in die süd-westliche Korallengruppe. Hast du jetzt mit dir schon gesprochen, Brille? Pulle, wir machen jetzt nur gerade eben, machen wir nur diese eine Quest. Ja, ich dachte, die gehört zur Quest, war das gar nicht. Naja, egal, passiert. Mann, jetzt sind hier schon wieder in diesem Typen zwei Sachen drin, die ich nicht aufheben kann. Ich hasse das. So. Unbedingt jetzt in die Stadt. Ich muss unbedingt jetzt erstmal, äh... Weil der Schaden einfach, äh... Ich hab ne fette Schatzkarte, gell, nur dass es niemand weiß. Ich hab auch welche, die hab ich eigentlich. Ich will jetzt erstmal in die Stadt. Ne, ich muss jetzt erstmal nochmal kurz Sachen zerstören, damit ich was anderes aufheben kann. Du für siebzehn. Hallig, wie viel Rüste kommt, deine Schuhe? Deine Füße? Ja, Blaupause. Du für siebzehn. Tausend siemundsechzig. Okay, hab dieselben für dir, das klappt, sei egal. Robi. Was willst du? Du für siebzehn. Du für siebzehn? Nice. Wie, du für siebzehn schon, Alter. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Ich bin bei der Hälfte. Ich bin's du bei sechzehn leicht angekotzt. Ich mach das anscheinend Spaß, aber Philipp findet das nicht so lustig. Ist halt so. Philipp nur so, äh, scheiße. Ja, jetzt... Ich weiß nicht, was ihr macht, die geht zur Stadt und lang. Wir gehen jetzt zur Stadt, Mann. Warte, eine sterblich können wir doch noch salben, Mann. Da drüben ist doch einer. Es ist noch zwei, wie kommen die salben? Ach, da ist eine. Ha, meiner. Heck, wie du kommst. Boom. Blau doch eine, fuck mein Leben. Gott, greif uns bei Rassinen an. Nein, ach. Wo liegen die ganzen Toten, Alter? Hier bei uns ist einer. Boom. Gott, äh... Äh, hilft mir mal. Hilft mal ihr beide. Ich werde hier von fünf Leuten angegriffen. Laufen wir weg und lassen wir in den Stich. Komm her, Robi. Oh, ich hab's geirrt im Drang. 98, Mann. So, kleiner, huern so. Okay, wir wollten wir nicht zur Stadt laufen. Ich hab keinen vollen, also ich hab's jetzt nicht... Man, ich hab's jetzt nicht... Ich hab's jetzt nicht... Aber ich wollte jetzt einfach warten auf die... Ja, Ali, wollten wir, aber... Wir wollen auch in die Stadt. Nur wir werden Angriff von zehn Leuten oder so. Jetzt nicht mehr. Komm, Ali, wir rennen. Wir... Wir fahren uns jetzt durch. Ach, Mann. in der Stadt, wir auftauchen. Die haben ja auch nur Zeit, was zu tun gemacht. Die haben ja auch nur Zeit, was zu tun gemacht. Rang 14 bei zwei Warten. Das macht die Kredite, Philipp. Ich kümmere mich mit den schon, ja. Ja, gut, dann eben nicht. Na, einfach zu stoppen jetzt. Wir kommen da nicht hoch. Ja, ich hab mich schon fast gedacht. So. Hast du Request? Gut. Aber du bist das denn? Bitte gleich, wenn wir in der Stadt sind und verkaufen, dann sagt uns bitte kurz, was ihr alles Request habt. Hallo. Hä? Geht ihr da hinten lang? Geht ihr da hinten? We're going to go fast. Y'all gonna go fast! Instead? We're going to go fast. Fast? Fast. Fast. Da ist die Ruhe. Über wem höre ich mich doppelt. Wo ist die Tue? Nein! Nicht spät! Ah! Ja Robi, ich bin so ein netter Master, wir sind hier neben dir. Es gibt einen Urganscheiß, Köln. Ich finde Robi schaut einfach so aus, als ob wir ein Team wären. Wir sind doch ein Team, Ali. Intim oder Intim? Nein, wir sind nicht. Beide. Boah, ich muss noch was zerstören, Mann, es regt so auf, ne? Ähm, ja, ich zerstöre den Trappler. Dafür nehme ich den Bogen mit. Boom. Na, ich geh jetzt auch kurz zu. Ich muss unbedingt meine Schwerter reparieren. Wie, die kann man reparieren? Ja, ja, machst du sogar. Sonst kannst du ja nicht mit denen weiterkämpfen, sonst machst du ihnen keinen Schaden. Kannst du mir keinen Schaden? Also ist sowieso. Ja, aber die ist eh scheißegal. Ali? Ja, ja. Ja, ja. Ich höre mich bei Ding. Bei Kevin, die hören wir uns. Bei Kevin hören wir uns doppelt. Sorry. Sorry Kevin, ich verschieb dich. Ah, das wird ihn schon nicht nerven. Eh nicht da. Und Deck ist er. Kann man hier verkaufen? Ich habe vor fünf Tagen habe ich Gentama angefangen oder vor drei. Winter mal. Ich bin jetzt noch voll 40. Ja, endlich so kann ich verkaufen. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Jede Folge hat 20 Minuten. Ja, also ich habe gestern habe ich angefangen Haus des Geldes neu anzuschauen. Bin mit zwei Staffeln durch. Ich habe keine Zeitung mit normale Serien, die keine Animes sind anzugucken. Ich verstehe. Verkaufen. Ich habe bis jetzt da liegen in The Franks dann nicht mehr fertig geguckt. Das ist belastend. Oh mein Gott ist das schön, wenn man so richtig viel verkauft. Oh, da geht mir einer ab. Geil. Oh, was kann ich hier noch verkaufen? Das scheiße ist. Wo ist die Bank? Hier, Trödel oder so Kacke, die man nicht braucht. Hier gibt's kein Ding, ne? Keine Bank, fickt mein Leben. Natürlich gibt's hier ne Bank. Wehe, es gibt hier keine Bank. Belastend gibt es nicht. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon wieder 10 Seelenkristalle, weil ich die ganze Zeit Boss raide, wenn ich im anderen vorbei habe. Also es kann ich sagen, ich brauche, ich brauche ne Bank. Ja, dann musst du in die andere Stadt reisen. Reis halt schnell über den Reiser rüber. Ach, scheiß drauf. Dann nehme ich halt nur das, den Platz. 17 Plätze habe ich frei, jetzt bloß. Was hast du denn noch alles, what the fuck? Du musst wie ich schmied weg schmied. Oh fuck, ich muss meine Dinge reparieren. Oh, ich muss auch reparieren. Wo kann ich das reparieren? Bei jedem. Bei jedem, genau. Echt? Geil. Ja, ja. Jetzt. Ganz rechts. Reparatur. So, einmal alles durchklicken. Einmal reparieren. Geil, danke. Ah. Mich halt einfach Schmiedekunst auch hochskill. Hey, was ist dieses rote Zeichen da unten? Das ist bei mir immer noch da. Bei mir ist es jetzt nicht mehr. Ihr habt keine zweite Waffe ausgerüstet. Was? Euer nicht. Alter, Kosten. Überall 21 Euro, Alter. 33, ich mein. Ali, wie heißt die Währung in Teso? Gold. Und was hat Philipp gerade gesagt? Ich glaube, Dollar. Euro. Oder Euro. Ja, belastend, aber. Kann man nix machen. Kann man nix machen, gell. Kann man nix machen, gell. Man kann ja auch nicht einfach so Gold sagen. Hm, viel zu schwierig. Viel zu schwierig. Philipp? Ja. Ich kaufe jetzt dann Lolli von dir. Der kostet 1 Euro. Ich gebe dir 1 Yen. Gib dir 1 Yen. Ich würde dir auch 1 Yen dafür geben. Es ist viel mehr als 1 Euro. Nein. Ja, wahrscheinlich. Nein. Dave nicht, beweist mich. Nein. Wenn niemand immer Sarkasmus da steht. Digga, was haben eure Eltern euch gelehrt? Das ist ja der Wahnsinn. Du hast nicht genug sarkastischen Unterton gehabt. Ich habe es verstanden. Nein, aber jeder, der nicht dumm ist, sollte das wissen. Ich habe es verstanden. Ich habe es auch verstanden, aber ich bin die Person, die darauf angesprochen wurde. Also sprich, er wollte mich nutzen, aber nicht mit mir. Philipp? Äh, Ali? Warte, ich muss jetzt schauen, ob das Video das gelene hat. Ja, wirklich, ich fresse. Philipp, du weißt wahrscheinlich noch nicht mal, dass Yen weniger wert ist. Also Euro. Das weiß ich safe. Ja, ach. Ja. Weißt du noch, wie C in der Berufsschule das Sarkasmuschild für mich gemacht hat, damit ich verstehe, wann das sarkastisch ist? C? Nicht? C? Er hat ein Sarkasmuschild gebastelt. C? Doch. Ja, wie man es mit C? Nee. Chrissy. Halt doch Ali die Fresse fixe. Ah, nee. Du wirst jetzt deine versteckte Fresse. Jetzt habt ihr einen Kopf? Nein. Wann muss Ali, man muss das Battle von mir und dir hoch? Übernächste Woche muss das online. Ja, ich, ich, ich. Ja? Während ihr verkauft, dringe ich schon wieder in fremden Leute deine Häuser ein. Das ist schon Game 3, ja? Game 3 Folge 2. Woche 3. Nicht Game, Woche. Wiesen 1, Woche 3, Game Folge 2, so. So, als erstes machen wir jetzt Segen für die Vergangenen. Tag 1, Philipp. Tag 1, nicht Folge 2. Segen der Vergangenen, ne? Jetzt warte mal kurz, ich will in die andere Stadt. Ja, okay, gut, dann reiß ich da auch schnell hin. Oh, warte, ja, Ali reißt da mal hin. Ja, wie? Was? Ja, ja. Was denn? Verstehe ich nicht. Ja, ja. Hä? 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 Ich bin jetzt zu dem Weg, vorhin selber hingeht und durch von da zu da teleportiert. Puhg, mega lame. Puh, mega lame. Mega lame, jeder reitet trotzdem jetzt hin. Na, ich bin noch in der Stadt, Alter. Jeder ist noch in der Stadt. Ne, ich bin schon in der Anderen. Beche, ne, ne. Bist du schon in der Anderen? Doch bist du wirklich? Ich zerstör gerade wieder alles, was ich geklaut habe, nur damit ich ... ich habe das zeug nur geklaut damit ich ding bekomme dass dein level höher wird dass mein langfinger level höher wird ja oder bist du also ich sehe dich du bist klauen willst nein verlipp ich will nicht er was für hören oder sie doch lieben was ist das ein zeichnen und links um level eher ziemlich weit zurück du bist auch viel zu weit nach vorne zuvor auch jahr hat er hat aber du du bist gerade 16 die anderen sind in der mitte also ja ich bin so ist so weit und für das zu niedrig bin als 16 jahr ich bin denkst du hast wenn du bist hängt das ist wie beim super den leute darf auch ein zwei level hinten sein nö das ist jetzt eine ausrede oder ja die sucht eine ausrede damit dann soll auch mal zwei level hinten sein nein super den beim support ist normaler sein zwei level hinten ist ja ja alle würde ich auch sagen es hat wirklich so ist halt so würde ich auch sagen welche angriffen das interessiert niemand ich nicht ich packe die nicht ich weiß aber viel macht echt wenig schaden interessiert niemanden echt nicht ich kriege gerade wieder droids wenn es bereits in meiner bibliothek ist jetzt habe ich es zerstört weil es bereits in meiner bibliothek ist noch einmal versuchen werdet auch wie ich noch mal klaren werde triff sie das glaubst du gar nicht ihr mit eurem clown ich glaube einfach nichts ich schon außer vielleicht ja vielleicht so schwerter den man dann verwerten kann ja klar das würde ich vielleicht machen aber es wäre der rest zu essen und so ein scheiß alter ne echt verpiss dich ja das ist mittlerweile auch noch zu verwerten die schöne sind in der stadt zumal also bei der Schmieden gibt es immer so schöne Sachen Dachen für die Alchemie braucht keiner Ali später der Verzauber nicht auf Alchemie er hat aber dann behalte ich erst mal das okay und Schüllen überhaupt ein bisschen schreiner Ding noch mal in der Reihe drücken jetzt halb leder und obsidian habe ich bekommen aha das ist ja schon was ist jetzt die nächste wir machen gerade keine Quest er ist mir auch bewusst das entfrag ich auch was die nächste ist wir sind jetzt in der dritten folge glaube ich sogar schon oder beiden immer noch denke schon ich habe gedacht wir werden schon nicht als er zuschauer wir sind ein bisschen hart am voraus aufnehmen ich weiß jetzt nicht ob wir das schaffen kommen für die Gamescom und so weil wir müssen jetzt ab mit drauf können wir nicht mehr aufnehmen und das muss dann für zwei Wochen reichen also das beste Format auf Playzum läuft ja noch während der Gamescom ein paar Prozent diese Leute kann und er ist wichtig und geht das war der Liga abgeboren und die neue Ehe er ist schon in meinem in der einen Video so dass ich das beste Format auf Playzum habe warum liebst unsere Typen so an das verstehe ich nicht ich zeigte Prozent der ganzen Koppel auf der Ehe ich weiß nicht mal die ja weil die ganze Welt ich könnte die Musik auch ausmachen dann fehlt der Spiel dem Schaden dem Spiel der Fahne aber Leute was ist denn jetzt eigentlich mit diesen T-Shirts hier Philipp ich habe ein Geld für ein T-Shirt das habe ich jetzt überhört mehr hast du nicht das kann er gerne noch mal sagen dann habe ich habe kein Geld für die die Amazubi ich für nichts der ganz schlimmer Seite weil ich immer wieder was ich jetzt gerade gehört dass das Philipp und ein T-Shirt und sagt ich will dass er auch gehört ich höre in der Tat ich will eine andere weil du bist ja so ein lieber ja okay aber Prozent Gibt mir dann einfach so ein Fünf so ein Fünfi ein Fünf... Alter Philipp lebt mal deutsch hier Ja, red mal irgendwas überhaupt und nicht nur Scheiße Ich kann vorzahlen aber dann gibt ihm ein Fünfi-Pro-T-Shirt wieder Das ein Fünfi-Pro-T-Shirt für ein 20 Euro T-Shirt Teilen und Wurzern werden ich ein Fünfi geben, Digga Alter, da kann ich ja weniger, wenn ich mein Konto überziehe Das ist für das, was ihr getan habt Ist halt echt so leidert Ja, jeder muss schau, so bleibt Wo ist ein Boss bei mir? Was habe ich gefragt, Tobi? Wo bist du denn? Warum seid ihr beide da hinten? Das frage ich mich Nee, ist kein Boss, fast schon Ali, hier bei mir ist die Schneiderei Ja, ich habe sie schon gefunden, aber danke Weil ich nicht in die Stadt muss mein ganzes Zeug schon verkauft habe und die zweite Level fahre Ihr habt eure Verbrechen und ich habe meine Befehle Nur wir zahlen schon Weil vielleicht bin ich in die Level 17 seit dem Level 20 Ja, das sollst du aber auch gar nicht sein, King Du musst nicht stolz daraus sein, sondern sollst du nicht sein Ich will das schon haben, weil ich werde nämlich immer als Erster Das würde ich nicht sagen, dass ist Ali, wenn Ali angegriffen wird Ja, wobei ich bin da voll fast richtig gut weggelaufen, außer Am Ende, weil dann wollte ich den töten Habe ich gedacht, ich kann den töten, wenn er mich tötet War falsch gedacht Ja, also zu wem habe ich mich jetzt teleportiert, hoffentlich nicht zu Ali Du konntest dann nur zum Schreien teleportieren, du Möbo Ja trotzdem, wir sind in der komplett anderen Stadt, Philipp Ja, das sehe ich, was heißt, lol Weil ihr dahingereist halt für die Bank, ja Ja, ja, aber Philipp so Du konntest mit zu nem Schreien, ja das weiß ich selber Aber wenigstens bin ich dann näher an euch Ja, ich führ mich auch mal kurz zum Lager Nein Jetzt, wenn wir fertig mit dem Lager sind, teleportierst du dich zum Lager Ich war auch noch nicht fertig mit dem Lager Ich war noch gar nicht im Lager Ja, auf Schnauze Wie, du warst noch gar nicht beim Lager Nee, ich war am Klauen, hab alles verwertet Bin von der Wache weggerannt Ähm, ja, Zuschauer, das war's mit der nächsten Folge Wir waren nicht positiv Gutes Questing, Digga Hab's rein, bis dann